Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute hier bei Cutterstyle, der ist gerade unten, holt sein Handy, weil er das unten vergessen hat. Wir haben hier noch ein Kameramädchen, die wollte gleich ein bisschen filmen. Joana, Jojo, Jojo. Dann warten wir noch mal kurz auf Jordan, der jeden Moment hochkommt und er macht dann für mich das Battle. Das ist, wie nennt sich das Battle? Extreme Smoothie Challenge ist das eigentlich. Okay, Battle. Bestrafung meinte ich. Ja, das ist eigentlich nur so, dass man leckere Sachen hat und eklige Sachen, die dann in einem Mixer tut und den dann püriert und dann muss man den eigentlich trinken. Man kann lose ziehen, also so ziehen, was die Sachen sind. Oder man kann halt das auswürfeln. Ja. Okay, also das meint doch mit dem Würfel gerade. Ja, das meinte er. Okay, aber da es ja eine Bestrafung ist, muss er beide trinken, denke ich mal, dass ich alles trinken muss. Also nicht alles. Wolltest du dir Sachen vorstellen, die er sich gekauft hat? Kann ich machen. Also. Okay, dann fangen wir mal an. Milch. Milch. Okay. Buttermilchquark. Sardin. Lecker. Bockwürstchen. Dann. Spargel, Banane und Nappel. Und die Krönung. Eine Zwiebel. Hast du das vergessen? Ich glaube nicht. Außer dein Energy. Ja, den trink ich danach. Ja. Was war es eigentlich? Relativ wenige Sachen. Ja, okay. Also wir haben eins, zwei, drei, vier eklige Sachen. Und eins, zwei, drei, vier leckere. Ja, und da ist gerade Katastrophe reingekommen. Ich bin bei drei, vier, 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 vier. So. Jon macht die Bestrafung und die Schwester darf dafür mühsen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir machen einfach die ganz ekligen Sachen in den großen und die leckeren in den kleinen. Traust du dich? Er muss. Wir zwingen ihn. Oder müssen wir alles? Leute, wir haben eine neue Bestrafung. Wir müssen alles. Bis zum nächsten Mal. 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 Also, ich denke mal, das Schlimmste, was daran ist, sind die Sardinen, weil die stinken übel. Ja, man kriegt sie bis hin. Sardinen und Milch. Sardinen sind ja fettig. Milch und Fett verträgt sich auch nicht so gut. Die Milch ist verdrietig. Jetzt fettig. Okay, Prost. Schmeckt nach Zwiebel. Das ist ziemlich grob noch. Das schmeckt da nur Zwiebel raus. Wir hätten noch mehr Sardinen ein. Wir hätten noch mehr Sardinen ein. Ich schmeck' nur nach Zwiebel. Alter. Ja. Und der ist so gesund. Und der ist so gesund. Ey krass, das ist ein richtiger... Jetzt schmeck' ich auch die Sardinen. Jetzt kommen die hoch. Boah. Boah. Ich hasse Fisch. Hör weiter. Wie ne Banane. Alles schaff' ich nicht. Doch. Ist ein Bestrafung. Guck mal, das ist... Da sind da richtige Flocken drin. Seht ihr das? Das ist grob. Das ist... Das ist... Du hast gesagt, der ist fertig gemakst. Hab' ich gesagt? Ja. Ja, wuuu. Ich hab' gefragt, ist der fertig gemakst. Ich glaub' nicht, dass ihr das alles sehen wollt, wie ich das Ganze jetzt ausdrinke. So, ich film' jetzt wieder, wenn er das große auch nur leer hat. Okay. Tschau. Becher weg. Ja, und die sind noch mal kaputt. Ich tu mir nichts in nix. Joam bringt gerade die Becher weg. Ich hab' bald ausgetrunken. Jetzt gibt's eine kleine Belohnung. Eine Energy Drink. Pong Pong. Und... Vielleicht hätte er nächstes mal einen anderer Lust mit mir ein Bett ist zu machen. Oder... Vielleicht auch nicht. Ihr werdet alle verlieren. Egal, wer gegen mich kämpft. Ihr werdet alle verlieren. Alle. Alle. Du auch. Wenn ihr das gut fandet, die Bestrafung im Kommentar unten rein. Ich hab' leider nicht alles gefilmt, weil das hat ein bisschen länger gedauert. Und... Ja. Ich sag' mal... Dann bis zum nächsten Mal. Ach ja. Nur so als kleine Info. Wenn ihr wollt, dass ich mal Stefan... äh schminke, gebt einen Daumen hoch. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Du.